Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Webinar der AM Academy. Ich bin Sven und heute geht es um das Hyperspeed Upgrade Kit für die Race 3D Pro 3 Serie, also für den Pro 3, den normalen und den Pro 3 Plus. Und dieses Upgrade Kit ist dazu da, massiv schneller drucken zu können, statt den normalen 50 bis 80 mm pro Sekunde sollen es jetzt 200 bis 350 sein. Wie kriege ich das aber in den Drucker rein? Genau darum soll es heute gehen. Das ist praktisch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Ganze da rein installiert und dann beginnt zu drucken. Und ohne jetzt weiter um den heißen Brei herumzureden, fangen wir einfach an. Nach dem Erhalt des Upgrade Kits sollten Sie die einzelnen Komponenten auspacken. Enthalten ist ein Brief in einem schwarzen Umschlag, der später noch gebraucht wird, und fünf Pappschachteln. In den drei kleinen sind die neuen Hotends und eine Kalibrierkomponente. In den beiden größeren sind Spulen des neuen Hyperspeed Filaments. Ein kurzer Hinweis zu Beginn. Natürlich ist es auch nach dem Installieren des Hyperspeed Upgrade Kits möglich, mit den gewohnten Filamenten und Geschwindigkeiten zu drucken, ohne ein Downgrade durchführen zu müssen. Es ist nur eine Änderung in den Slicing-Einstellungen nötig. Das zeigen wir gegen Ende. Es gibt vier Dinge, die getan werden müssen, damit man mit dem Hyperspeed drucken kann. Die Drucker-Firmware muss aktualisiert werden, es muss eine Frequenzkalibration mit der neuen Kalibrierkomponente durchgeführt werden, danach die neuen Hotends installiert und dann noch die Düsenabstände kalibriert werden. Und dann brauchen wir natürlich eine geslicte Datei zum Drucken. Wir werden jetzt all diese Schritte einzeln durchgehen. Zunächst die Firmware. Hier brauchen wir jetzt den schwarzen Brief von vorhin. Einfach den Umschlag öffnen und den Zettel herausnehmen. Auf diesem Zettel steht ein Link zu einer Webseite. Auf dieser Webseite muss dann, neben der Seriennummer des Druckers und anderen Infos, ein Code eingegeben werden. Diesen Code findet man unter der silbernen Fläche auf dem Brief. Diese einfach mit einer Münze oder ähnlichem freirubbeln und eingeben. Im Gegenzug erhält man den Zugang zum Firmware-Download. Als nächstes kopiert man die heruntergeladene Firmware-Datei auf einen USB-Stick und steckt diesen an den Drucker an. Um einen Neustart zu erzwingen, jetzt einfach den Drucker mit Hilfe des Schalters an der Rückseite aus- und dann wieder einschalten. Beim Hochfahren wird dann automatisch gefragt, ob man ein neues Firmware-Paket installieren möchte. Hier muss jetzt der Install-Knopf gedrückt werden und dann das Popup bestätigt werden. Dann muss man der Lizenzvereinbarung zustimmen und los geht das Update. Es wird sowohl das Motion-Controller-Board als auch der Touchscreen aktualisiert. Nach dem Fertigstellen entfernt man den USB-Stick wieder und startet den Drucker mit dem Schalter nochmal neu. Jetzt sollte eventuell noch vorhandenes Filament entladen werden, bevor der Kalibrationsprozess begonnen werden kann. Der Bildschirm gibt einem alle nötigen Anweisungen. Zunächst soll das linke Hotend entfernt und durch die Kalibrierkomponente ersetzt werden. Sollten Sie einen Pro 3 Plus verwenden, stellen Sie sicher, dass die Rollen gesperrt sind. Gegebenenfalls können die Rollen auch vollständig abmontiert werden, um das Wackeln während des schnellen Druckens zu reduzieren. Bitte beachten Sie, dass man den Drucker während der Frequenzkalibration nicht berühren soll. Es ist normal, dass der Drucker während der Kalibration vibriert, wackelt und merkwürdige Geräusche von sich gibt. Nach Abschluss der Frequenzkalibration zeigt das Display an, dass man die Hyperspeed-Hotends einbauen soll. Also wird sowohl die Kalibrierkomponente als auch das rechte alte Hotend durch jeweils ein neues Hyperspeed-Hotend ersetzt. Jetzt ist es notwendig, die Düsenabstände zu kalibrieren. Dazu muss das mitgelieferte Hyperspeed-Filament geladen werden. Die Bildschirmanweisungen führen durch den weiteren Kalibrationsprozess. Dieser ist praktisch identisch zu vorher, nur der Z-Abstand wird jetzt mit einem Muster kalibriert, bei dem man Lücken feststellen soll, statt mit den gezwirbelten Linien von früher. Nachdem die Düsenabstände fertig kalibriert sind, wird der Drucker ein Testteil drucken wollen. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, der Druck würde ca. 30 Minuten dauern. Jetzt ist das Hyperspeed-Upgrade-Kit fertig installiert und der Drucker kann schneller drucken als je zuvor. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine fertig geslicete Datei. Also auf zur Slicing-Software. Um mit Hyperspeed drucken zu können, wird mindestens Idea Maker 4.4 benötigt. Sollten Sie eine ältere Softwareversion haben, gehen Sie auf ideamaker.io und laden Sie eine aktuellere Version runter und installieren diese. In der Slicing-Software findet sich jetzt ein Schalter, mit dem man den Hyperspeed-Modus ein- oder ausschalten kann. Während der Modus eingeschaltet ist, sind in der Druckerauswahl nur der Pro 3 bzw. der Pro 3 Plus enthalten mit den entsprechenden Hyperspeed-Profilen. Wenn der Modus ausgeschaltet ist, kann jeder Drucker und jedes Material wie gewohnt ausgewählt werden. Also einfach das gewünschte Teil mit den vorhandenen Profilen slicen oder modifizieren Sie die vorhandenen Profile ganz nach Ihren Vorstellungen. Also, jetzt konnten wir mit dem Hyperspeed-Upgrade-Kit drucken. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie gucken in Zukunft vielleicht nochmal vorbei. Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns dann. Ciao!